Jo Freunde, was geht? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es mal ein Video zu einem Thema, worüber ich die letzten Tage auch öfters nachgedacht habe, weil ich das etwas schwieriger finde. Nämlich geht es um das Thema Schuhe. Ich weiß nicht wie es bei euch ist, aber bei mir ist es so, dass viele Schuhe wegfallen. Kommen wir später auch dazu und die, wo ich eigentlich feiere, die findest du nirgendwo nicht mal auf Great oder so. Deswegen echt sehr schwieriges Thema, muss ich zugeben und ich hoffe, dass ich da einigen von euch ein bisschen Inspiration mitgeben kann. Vielleicht auch mal neue Schuhe zeigen, die ihr davon nicht kanntet. War natürlich sehr nice und genau, wie gesagt, heute das Thema Schuhe. Wir gucken uns welche an. Dabei werde ich das Ganze in so einer Tierlist ranken. Da gehen auf jeden Fall Shoutouts an Tu und Alex Haus oder Halbkicks. Kein Plan. Von denen habe ich die Idee. Also Props an die. Ist nice kopiert sozusagen. Aber finde ich eigentlich ganz nice. Da hat man die Übersicht, wie ich die eigentlich auch ranken würde. Das ist ganz nice meiner Meinung nach. Und genau das zum Video. Bevor wir anfangen, sage ich noch kurz das zum Supersoft Archive Job. Falls ihr die Seite nicht kennt, ist so eine Online Vintage Seite auf Instagram von mir. Könnt ihr gerne abchecken. Und zwar kam ja von euch gesehen, zwei Tage her, der Job raus. Also dieser USA Vintage Job. Geisteskrank. No joke. Ich habe mich darauf in der Story nochmal gemeldet zu der ganzen Thematik. Der Antrag war so unglaublich groß. Konnte das nicht manuell handeln. Ihr wisst, ich mache das alleine und mache das per DM bis jetzt noch. Da waren Anfragen über 20 Stück und in einem Allgemeinordner, also bei den DMs allgemeines. Da waren glaube ich auch nochmal 10, 15 Stück drin. Also könnt ihr euch mal vorstellen, wie das war alleine innerhalb von Sekundentakten, die zu beantworten. Da immer den Text hinzuschreiben und so weiter. Das war sehr, sehr anstrengend und viele Leute sind auch leider leer ausgegangen. Weil obwohl sie pünktlich geschrieben haben, es tut mir auf jeden Fall sehr leid. Kann ich leider nichts machen, weil ich da kein Shop-System habe. Da kommen wir gleich dazu. Und auf jeden Fall an die, die nichts bekommen haben, es werden in Zukunft auf jeden Fall noch Drops kommen. Ich habe nicht damit gerechnet, dass so unglaublich viele da Interesse haben. Und deswegen wird da auf jeden Fall noch was kommen. Jetzt ist es so, ich habe mir gedacht, okay, das können wir jetzt nicht so weiter durchziehen. Option A, ich mache dann Kleingewerbe auf. Da muss ich mich komplett reinlesen und das ist auch saukompliziert und so weiter. Das ist nicht ganz so einfach. Plus mit Steuern und so weiter. Also das ist wirklich eine komplette Katastrophe. Es ist ein riesen Aufwand. Kosten sind glaube ich gar nicht mal so hoch. 50 Euro oder so. Das ist glaube ich nicht das Problem. Ist eher der Aufwand bezogen halt darauf, wie die Nachfrage ist. Lohnt sich überhaupt? Weil ich hatte es eigentlich nicht vor, aktiv durchzuziehen. Da ich, falls ich mal Bock habe, immer wieder was rauszuhauen. Aber es sollte sich ja schon lohnen, wenn man da was Großes aufmacht. Deswegen schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Option 2b ist dann einmal das Ganze auf Vinted zu machen. Da ist einfach der Vorteil, man hat nicht so einen hohen Aufwand. Dazu kein Gewerbegründen und so weiter. Das würde wegfallen. Plus man hat ein Shop-System sozusagen bei Vinted. Da kann man auf Kaufen drücken, Überweisung, Paypal. Ich sehe eure 3 Euro oder so. Also ja. Müsst ihr entscheiden. Beziehungsweise muss ich entscheiden im Endeffekt. Aber schreibt es mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich will es jetzt auch nicht so lange halten. Das zu dem Thema. Und dann fangen wir jetzt auch mit dem Video an. Davor, wie immer, könnt ihr mich natürlich mit einem Like, mit einem Abo unterstützen. Würde mich sehr freuen. Und genau, dann fangen wir jetzt an. Sofern wir genug gelabert. Wir fangen jetzt mit dem ersten Schuh an. Bleibt gerne bis zum Ende dran, dass ihr da auch so die Übersicht habt, welche ich am neilsten finde und so weiter. Der erste Schuh auf der Liste, den ich auch schon sehr lange im Visier habe, ist einmal der Suicoke Moto VS. Es gibt den Moto Cap. Ich habe es auch schon mal erwähnt gehabt in den Top-Frühlingsklammung, glaube ich. Den Moto VS. Das ist der etwas dickere mit der Vibram Soul. Achtet da auf jeden Fall drauf. Mir wäre es wichtig, dass es der Moto VS ist, weil das eine dickere Soul ist und einfach nicer aussieht. Kostet ein bisschen mehr. Ich glaube, den bekommen wir so für 150 bis 250 Euro. Sowas um den Drehen. Ist ein Slide. Und muss ich sagen, ist vom Look her einer der neilsten Schuhe für den Sommer. Bei mir ist das Ganze so, ich nehme es mir vor, okay, ich rock den Schuh. Aber bei so außergewöhnlichen Pieces. Ist dann am Ende des Tages, weiß man halt nie, ob man den dann rocken wird in die Schule und so weiter. Ob das dann doch so, ob man sich das so vorstellt, wie das auch dann wirklich ist. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Das ist meistens bei mir immer so mit etwas ausgefallenerem Pieces. Ja, ja, ich rock das in der Schule und so weiter. Und am Endeffekt rocken wir es nie, weil man sich denkt, ja, ist zu extravagant oder so ein Shit. Deswegen bei dem Moto VS. Ich wollte ihn mir eigentlich holen. Bin eigentlich auch noch der Meinung, dass er ganz nice ist. Das Einzige ist halt, ich bin mir nicht sicher, wie oft ich den rocken würde und da 180 oder so zu blättern für einen Slide, den ich nicht rocken werde. Da muss ich mir auf jeden Fall noch ein paar Gedanken machen. Aber vom Look her und so weiter, von der Funktionalität muss ich sagen, ist es schon ein sehr krasser Schuh. Ihr werdet dann irgendwo sehen, wie ich den eingerankt habe im Vergleich zu den anderen Schuhen. Und das war der erste Schuh Slash Slide. So Freunde, zweiter Schuh in der Liste ist ein Schuh, den dürften die meisten von euch nicht kennen, ist der Essex Kiko Kostadinov Gel irgendwas. Nagel mich da nicht fest. Suche ich leider schon locker zwei, drei Monate auf Grailed, auf Depop und so weiter. Findet man nirgendwo. Und ja, absolut krasser Schuh. Passt mit dem Sommer wie die Faust aufs Auge. Gerade dieser Vibe, den der Schuh hat, finde ich extrem cool. Geht ein bisschen in die Tagwear-Richtung, aber auch dieses eher Sportliche. Finde ich sehr, sehr cool. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich denke, das dürfte eher so ein ausgefallener Schuh sein, der vielleicht jetzt für die breite Masse nicht so gut ankommt. Aber meiner Meinung nach doch ein sehr neißer Schuh für den Sommer. Auch etwas luftiger und denke ich mal auch sehr gemütlich. Zahlt man so, keine Ahnung, 250 bis 400 Euro. Also ist halt ein Resell-Preis, den man da zahlt. Plus der Schuh ist sehr selten. Das heißt, da gibt es keinen festen Preis. Und genau, das war der zweite Schuh hier im Video. Dritter Schuh hier im Video ist ein Schuh, wo einige sagen vielleicht, okay, kann ich nicht ganz nachvollziehen, ist nämlich einmal der Nike Sakai. Welcher da speziell, ist mir eigentlich relativ egal. Ich finde den OG LD Waffle sehr nice. Dann natürlich den, wo Aschraf hauptsächlich gerockt hat. Da denken jetzt viele, okay, der war doch eher so letztes Jahr im Trend, sage ich mal. Und jetzt eher nicht mehr so, wenn man das so sagen kann. Ich finde genau das gerade nice. Jetzt hört es eigentlich so auf, dass alle den rocken so. Und allgemein fand ich die Silhouette an sich immer schon sehr, sehr krass. Bloß haben halt die meisten gerockt so. Da fand ich es nicht ganz nice. Aber so im Sommer kann ich mir den sehr, sehr krass vorstellen. Gerade mit diesem Nylon-Part bei dem weißen. Der taugt mir auf jeden Fall sehr krass. Und der ist halt auch extrem teuer geworden. Also ich glaube, den Schuh werde ich mir auf gar keinen Fall holen. Außer es kommt irgendwie ein sehr starkes Angebot mir entgegen. Ansonsten wird das wahrscheinlich nichts. Aber ich denke, das ist auch so ein Schuh, wo einige vielleicht vergessen haben oder so. Für den Sommer auf jeden Fall immer noch ein Top-Schuh. Und vielleicht kann man da gebraucht auch irgendeinen Stil schießen oder so. Mal gucken. Vielleicht ergibt sich da was. Auch ein sehr starker Schuh. Dann kommen wir zu einem Schuh, der die letzten paar Monate auch sehr gehypt wurde. Nämlich ist es einmal der Comte de Gerson Air Force. Die Mid-Variante in diesem Constructed Look. Natürlich der creamfarbene. Den schwarzen muss ich sagen, unpopular opinion. Finde ich auch sehr nice. Aber den weißen, gerade für den Sommer muss ich sagen, ist doch ein Stück cooler. Und gerade wenn man vielleicht auf Air Jordan oder allgemein Jordan 1er, Jordan 4er, Dian Kais oder so. Wenn man darauf verzichten möchte. Gerade weil die halt gefühlt von jedem auseinandergenommen werden. Ich möchte da einfach einen Schuh haben, der vielleicht von nicht jedem gerockt wird. Und das ist zum Beispiel so ein Comte de Gerson Air Force. Auch sehr, sehr nicer Schuh. Bloß, ja, keine Ahnung, der Preis, ich weiß nicht wieso, liegt bei 500 oder so. Ja, keinen Plan habe ich dem letzten Aufgrade für, glaube ich, 240 Euro angesehen. Fast neu. Fragt mich nicht, wieso ich den nicht geholt habe. Keine Ahnung. Ich hoffe, dass ich da ein nice Angebot finde. Das ist auch so ein Schuh, den würde ich sehr, sehr gerne haben in meiner Schuh-Collection. Und ja, suche ich auch. Falls ihr einen habt, gerne anbieten. Dann kommen wir jetzt auch zum letzten Schuh, wo einige sagen werden vielleicht, okay, den hattest du doch schon. Ist nämlich der Rick Owens Ramones. Den hatte ich schon, ja, zweimal. Und ist jetzt vielleicht auch kein Schuh, den ich jetzt speziell für den Sommer möchte, sondern allgemein. Ich muss sagen, hätte ich den Schuh in der 43 gehabt, hätte ich den sowas von safe behalten. Das Ding ist halt, der erste Ramon war, der war halt in der 45 und der zweite in der 44, beides zu groß. Die fallen bei mir, wie viele Leute sagen auch, die fallen nur eine Nummer größer aus. Bei mir sind es zumindest zwei bei Geobaskets und bei Ramones. Keine Ahnung, woran das liegt. Auf jeden Fall hatte ich da immer die falsche Size. Und ja, ich bin auf der Suche nach einem. 43. Und allgemein Rick Owens Ramones feiere ich schon so lange. Bloß bin ich zu keinem Nicen gekommen. Ja, einfach mal abwarten und dann dürfte ich das schon regeln. Genau, und das sind so eigentlich die Schuhe, die ich mir für den Sommer holen würde oder euch auch empfehlen würde. Genau, Top 5 hier. So Freunde, das waren die 5 Schuhe hier mit dem Video, die ich mir gerne holen würde bzw. die ich euch auch empfehlen könnte. Ich hoffe, ich kann da einigen von euch helfen oder inspirieren. Und genau, das war's mit den Top 5 Schuhen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und dann sehen wir uns wie immer hier auf dem Kanal. Samstag, 13 Uhr mit einem neuen Video. Haut rein, Freunde. Bleibt gesund. Peace. Bis zum nächsten Mal.